Hey Freunde, viel Spaß mit der neuen Minecraft-Folge und jetzt kann's auch schon losgehen. Kohle, 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 überall hier ist Kohle, 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 überall hier ist Kohle. Oh, ich glaube, ich habe genug gearbeitet für heute. Ich habe hier so viel Kohle gesammelt und immer hier rüber getragen. Boah, das war viel Arbeit. Okay, und verdient habe ich noch nichts. Der Monatslohn kommt erst Ende des Monats. Oh Mann, oh Mann, so. Familie, ich bin wieder da. Icky, wir brauchen einen neuen Fernseher und wir brauchen wieder Essen. Los, geh einkaufen mit Geld. Es tut mir leid, aber der Lohn kommt erst nächsten Monat und ich habe nicht einen Penny. Was? Müssen wir jetzt die ganze Zeit mit diesem Fernseher auskommen, Leute? Euer Vater kümmert sich nicht. Oh, Papi, wieso kümmerst du dich nicht? Papi, ich will einen neuen Fernseher. Wieso denn? Der Fernseher ist doch gut. Leute, meine Familie ist gierig. Was soll ich tun? Aber hallihallo, Ladies and Gentlemen. An alle neuen Zuschauer, abonniert gerne den Kanal und drückt rechts daneben auf die Glocke, um ein Teil der Ikea-Mit zu werden. Gebt danach dem Video einen Daumen nach oben, das würde mich mega freuen. Und schreibt etwas Süßes in die Kommentare, damit ich euch ein Herzchen gebe. So, Leute, ihr wollt hier nicht diesen Fernseher. Was stimmt denn mit diesem Fernseher nicht, hä? Was ist los? Icky, der ist alt. Es reicht langsam. Wir brauchen einen neuen Flatscreen-TV. So wie Mario und Peach. Die haben ein 65 Zoll Samsung Galaxy TV. Papi, sei mal nicht so gierig. Arbeite mehr. Papi, arbeite. Leute, ich wollte, dass ich mich versklafe. Oh Gott, aber der Fernseher. Oh, Leute. Okay, ich gehe arbeiten. Icky, Scusi. Kommst du auch zur Tombola? Icky, heute findet eine Tombola statt. Wir spielen Lotto. Der Gewinner kann bis zu eine Milliarde, Milliarde, Millionen, Milliarden Diamanten gewinnen. Nicht wahr, Mario? Scusi, ja. 100 Millionen Diamanten. So viele Diamanten gibt es gar nicht. Ich habe mal zwei Wochen lang durchgearbeitet und habe nur 20 bekommen. 100 Millionen? Damit kann man hier die ganze Stadt kaufen. Scusi, die Chance, diese 100 Millionen Diamanten zu gewinnen, ist gleich null. Hahaha, du kannst gar nicht gewinnen. Du hast nur eine unter ein Prozent Chance. Was er damit sagen will, Icky. Es ist selten. Zu gewinnen ist selten, aber man hat die Chance. Komm, geh rüber. Okay, ich sage meiner Familie Bescheid. Leute, wir können... Hey, diese Tür. Leute, mit wenig Glück können wir über 100 Millionen Diamanten gewinnen. Klingt das cool oder cool? Gebt mir nur Glück. Drückt mir die Daumen. Los. Ich gehe jetzt los. Auf geht's, Mario Peach. Los. Ich hatte leider nur eine Niete. Bei mir auch. Ich habe leider nur 10 Diamanten gewonnen, aber immerhin besser als gar nichts. 10 Diamanten ist übertrieben viel. Scusi. Ich habe 50 Diamanten gewonnen. Hahaha. Und Peach hat null gewonnen. Hey, lach mich nicht aus. Dafür habe ich gleich noch eine Chance nochmal zu ziehen. So, der nächste. So, Icky. Du willst also jetzt ziehen. Hahaha. Du wirst sowieso verlieren. Du bist nämlich vom Pech verfolgt. Du darfst jetzt ziehen. Die Chance ist 1 zu 500, dass du gewinnst. Hahaha. Äh. 1 zu 500, dass ich die 100 Millionen gewinne? Puh. Die 100 Millionen? Die 100 Millionen ist die Chance von 1 zu 1 Million. Die wirst du niemals gewinnen. Aber die 500, die kannst du eventuell gewinnen. Oh mein Gott. Habt ihr das gehört, Freunde? Wow. Ich kann gewinnen. Okay. Dann probieren wir es mal. Okay. Ich drücke jetzt. Hier sind ganz viele Bücher. Was muss ich machen? Ganz einfach. Du musst ein Buch ziehen, es öffnen und gucken, was für ein Gepreis da drin steht, den du gewonnen hast. Icky, los. Du schaffst es. Scusi. Icky, du ziehst. Du ziehst. Äh. Du ziehst jetzt. Okay, okay. Ich ziehe jetzt, Freunde. Leute, gebt mal dem Video einen Daumen nach oben und gebt mir eure Kraft. Vielleicht ziehe ich ja jetzt etwas Seltenes. So. Zah. Ich nehme den in der Ecke. Nee, ich nehme den da unten. Nein. Ich nehme den da. Keine Ahnung, ich nehme irgendeinen. So. Okay, wie gucke ich jetzt, was da drin ist. So, Moment mal. Äh, zack. Gewonnen. 100 Millionen Euro? Nee. Moment mal. Das kann nicht wahr sein. Zeig her. Oh mein Gott. Wir haben einen Gewinner. Wow. Wow. Scusi. Wow. Wow. Ich habe gewonnen. Her mit den Diamanten Los Du kriegst einen goldenen Stab Gegen das Los Mit dem goldenen Stab kannst du alles kaufen Was du willst Okay Wie tausche ich das jetzt ein Ey tauschen Du meine Güte Ich hab so viele Diamanten Oh Gott guckt mal Scusi Gib mir ein paar Diamanten ab Alter Du hast gewonnen Du hast viel mehr Geld als ich Icky wow Wow Gratulation Scusi bitte gib mir jemanden Bitte 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 Okay ich geb dir aber nur ein paar Warte lass mich mal craften So ich nehm mir mal ein paar raus So aber dafür Musst du mir ein Tag lang folgen Okay Scusi ich tue alles was du willst So du kriegst 64 Warte Äh so Ähm hier die schmeiß ich auf den Boden Die brauch ich nämlich nicht Die auch nicht Die könnt ihr behalten So du bist jetzt mein Sklave Für einen Tag Hier Diamanten Ihr Polizei Ihr passt auf meine Diamanten auf Okay Na klar Mach dir mal keine Sorgen Icky Viel Glück Und viel Spaß Mit deinem neuen Reichtum Macht und Ruhm Hahaha Yay Komm Mario Wir kaufen einmal alles Ich kaufe einmal alles Im Kuchenladen Aus dem Weg Wartet mal Ich brauche die Diamanten hier Alter ich hab so viele Diamanten Wartet weg mit der Pickaxe Was will ich damit So komm 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 Wir kaufen euch alle Kuchen Mario komm Ich brauche jemanden Beim Hilfe beim Tragen So her mit dem Kuchen So wartet mal So hier sind so viele Diamanten Einmal den Kuchen 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 So meine Diamanten Bleiben da kurz liegen Leute ich hab euch Kuchen gekauft Batz 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 Ey Wieso Ey Wieso geht der nicht Und Batz Wow Vielen Dank Lecker 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 Icky du bist ein Schatz Skussi Krieg ich auch Krieg ich auch Komm mit Mario Wir holen jetzt mal meine anderen restlichen Diamanten So Okidoki Warte mal Hier sind noch mehr Die willst du behalten Kannst du vergessen Die Polizei beschützt mich So Ey So Mario wo bist du Komm her hier Los Wir müssen Wir haben viel zu tun Aus dem Weg Ich muss einen neuen Fernseher kaufen Für meine Frau Ich kaufe jetzt einen neuen Fernseher Für meine Familie So Hier im Supermarkt Müsste es einen neuen Fernseher geben Aus dem Weg Mario Hier Ein bisschen Diamanten für dich Zack Da hast du Da hast du So und jetzt komm Zack 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 Ich bin der goldene Esel Komm Mario Komm rein Komm So Was kostet dieser Fernseher Sieben Diamanten Weißt du was Ich geb dir neun Stück Aha What Bist du irgendwie reich oder so Nö Aber weißt du was Ich geb dir sogar einen Block Diamanten Hier What Einen ganzen Block Wow Du bist ja spendabel Aber dafür nehme ich noch eine Waschmaschine mit Hier ist eine Waschmaschine Die schenke ich Ekeline Die wird so glücklich sein So Weißt du was Hier Du kannst Einen ganzen Stack Diamant Blöcke haben Wow Ich bin reich Dankeschön Dafür nehme ich den Fernseher Und die Waschmaschine So Weißt du was Diese Sandwich hier will ich auch haben Dafür kriegst du nochmal einen Stack Diamanten Wow Ich brauche nie wieder arbeiten gehen Dankeschön Tja Gar kein Problem Aus dem Weg Aus dem Weg Ich hab einen neuen Fernseher Ey Dieses Haus Wollte ich schon immer mal haben Mal gucken Wem das gehört Mario Du bleibst mir immer noch hinterher Scusi Ich bin ein Fan von der Riki Gib mir ein paar Diamanten Nö Haha Nö Hier Leck doch mein Popo So Und jetzt Hallo Ey Was willst du Ich will dein Haus kaufen 50 Diamanten 50 Diamanten Ist ja gar nichts Warte Zack Hier Ich geb dir 64 500 Diamanten Hab ich gesagt Okay warte 500 Diamanten Zack Noch mal ein Stack Zack Noch mal ein Stack Zack Ey Zack Noch mal ein Stack Oh Gott Leute Ich bin so reich Ich hab so viele Stacks Diamanten So Und zack Und zack Bitteschön Nö Ich brauch noch mehr 5000 Diamanten Junge Jetzt reicht's Pass auf Ich geb dir Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Stacks Diamanten Verkauft So Ich bin stinkreich So Komm Mario Komm Komm Die kaufen jetzt Haustiere für meine Kinder Haustiere Haustiere für meine Kinder So Mario Komm mit Wir gehen da vorne hin Da müsste der Haustierhändler sein Haustiere Ich brauche Haustiere Hey Hier drüben gibt's Haustiere Hey Hey Was gibt's denn hier so Hier in der Braunkiste gibt's normale Haustiere Hier gibt's seltene Und da gibt's exotische Tiere Die sind aber sehr teuer Das kannst du eh nicht leisten Du hast einen Helm auf Du gehst normal arbeiten Leute die normal arbeiten gehen Können sich nichts leisten Das stimmt doch gar nicht Zeig mal her Was gibt's denn hier Einen Hasen Ui Eine Ente Ui Einen Vogel Hey Das kostet Geld Kein Problem hier Du hast einen Stack Diamanten Wow Für einen Stack Diamanten kannst du alles haben Alles? Na gut Dann nehm ich mir alles Eine Schlange Grizzly Bären Einen Reh Oh Gott Hier gibt's ja richtig coole Tiere Weißt du was Du kriegst noch einen Stack Diamanten Weil du so freundlich bist Wow Du Trottel Hahaha Ich bin kein Trottel Du bist der Trottel So Komm Mario Katschi So Hier kommt König Ikki Der Ludwig der von Dritte Der Ikki Super Ikki Ikki So Hallöchen Familie Ikki hast du neuen Fernseher besorgt Ja na klar Schau mal Aus dem Weg Und Tada Wow Wo hast du den denn her? Nicht schlecht Ich wollte schon immer so ein Samsung Galaxy TV haben Ja Weißt du was ich noch gekauft hab? Eine Waschmaschine Wow Ikki Du bist ja ein toller Mann Papi Hast du Haustiere mitgebracht? Ja na klar Und was für welche? Schaut mal her Wir haben hier richtig viele seltene Haustiere So Aus dem Weg Und Vorsicht Das könnt ihr jetzt ein bisschen lenken Vorsicht Vorsicht Zack 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 Weg 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 Ikki was tust du? Das sind seltene Ziche Hör auf Ikki Stopp Ah Ikki Raus aus meinem Haus Du störst Du mit deinem ganzen Geld Raus Ey Ikkilide Scusi Ikki Du hast ein bisschen übertrieben mit dem Geld Und du hast sogar einen Drachen gekauft Du spielst Na und? Mir doch egal Dann kaufe ich halt ein neues Haus Dann kaufe ich halt das Haus hier vorne Das wollte ich schon immer mal haben Das ist verlassen Mal gucken Wem das gehört Zu verkaufen 500 Diamanten Ey Ich kann es kaufen Komm her Hallo Was willst du hier? Ich will dein Haus haben Aus dem Weg Raus hier Mein Haus jetzt Ha Da hast du deine 500 Diamanten Okay Verkauft So Kann ich aber hier drinnen wohnen bleiben mit dir? Ich hab nämlich kein Haus mehr Du hast mein anderes auch gekauft Dein Ernst? Oh Gott Okay So Jetzt lebe ich hier ganz alleine Mit dem alten Jenkins Irgendwie fühlt sich Geld haben nicht so schön an Meine Familie hat mich verlassen Falsche Freunde kommen Mario verwirkt mich nämlich nur Weil ich Geld habe Und nicht weil er mein Freund sein will Und niemand will mit mir schicken Och Mano Ich will kein Geld mehr haben Ich will normal leben Und Freunde Wenn euch das Video gefallen hat Und ihr mehr Videos sehen wollt Wie das hier Dann abonniert den Kanal Drückt rechts in dem auf die Glocke Um ein Teil der E-Germals zu werden Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.